So kommen unsere Mitarbeiter zur Arbeit Ja mann Alter, der eine mit S-Klasse, der andere mit G-Klasse, der dritte mit AMG Und Kevin, der seit zwei Wochen bei euch Praktikum macht, kann mit Fahrrad zu euch fahren Achso, warte, der fährt auch Mercedes, aber den hier Geil Alter, wirklich geil Mann Ich war heute wieder in der Uni Wie immer zu spät Und wir haben so ein Fach, das nennt sich wissenschaftliches Arbeiten Und ich denke mir so, okay, besuche ich das, weil das ist bestimmt wichtig für meinen Bachelor So, dann kann ich wissen, wie man sich richtig artikuliert und so Auf einmal sagt er mir, wie man sein Kreativitätssein erweitern kann Bro, mir musst du das nicht erzählen, Mann Ich sitze jeden Tag vor der Kamera und muss mir irgendwelche Witze aus dem Arsch ziehen Ja, okay, die sind halt meistens nicht witzig Vielleicht soll ich diesen Kurs doch besuchen gehen Naja, und damit wünsche ich euch heute einen wunderschönen Start in dieses Extravagante Alter, war das knapp, fast gestolpert Hubertus, du bleibst Hubertus, schon wieder Hubertus, Junge Hubertus, Digga Hubertus langsam nicht mal Hubertus, sondern Nervbertus Hubertus will ihr mitteilen, dass du dich bei dem Wetter unter der Decke verstecken musst Und das Bett nicht verlassen darfst Aha, und wer geht denn für mich in die Uni und dreht diese Videos? Der hier oder was? Get an Reedy with me Bro, die braucht ja richtig lange, Mann Die macht sich an Reedy genauso wie ich Sport machen, Mann Einmal ein bisschen Band drücken und dann eine halbe Stunde lang Die arme Schwester, Digga Ist schon Jahr 2022, Mann Niemand läuft mit Maske rum Corona vorbei und die läuft immer noch mit Maske rum Ist soweit, meine Schwester bekommt ihren eigenen TikTok-Account Ja, und jetzt? Mein Hund hat auch eigenen TikTok-Account Oh mein Gott, Lena Sie hat sogar 18 Follower und folgt 91 Leuten Lena war schon vorbereitet, ich muss gar kein Account mehr für sie machen Wenn ihr wissen wollt, wie meine Schwester auf TikTok heißt Ich hab's euch in meine Story gepostet Ey, ich hab's euch in meiner Story markiert, Alter Ey, ich hab's euch in meiner Story erkennst Ey, wenn ihr wissen wollt, wie groß mein Sch... Ich hab's in meiner Story markiert Warum denn ich hab's in meiner Story markiert? Willst du eine Post oder sagst du 9 und nächste kriegt doppelt? Und natürlich hat sie dann vorbildlich in ihrer Instagram-Story den Namen gelegt Und Digga, also wirklich, keine Ahnung, so 50.000 Leute oder so Haben dann so einen Account mit dem ähnlichen Namen von dieser Lena erstellt Von ihrer Schwester Auf jeden Fall hab ich da einen echten Account gefunden, Mann Und Junge, was die da für krass qualitativ hochwertige TikToks hochlädt Das ist echt heftig, Mann Bin so stolz Auf was? Ich hab mein Abi gemacht Ich geh studieren, mach das, mach jenes Und meine Mutter sagt Ja, okay, aber warum studierst du nicht Medizin? Und die macht bisschen so Und Familie ist stolz auf sie Ne, guck mal, ich muss ehrlich zugeben Ich find TikTok sowieso so komisch Die hat jetzt da schon 400.000 Abonnenten, ja? Neulich hat bei mir jemand kommentiert Ey, du hast bald eine Million auf TikTok Ja, na und? Sogar der hat eine Million auf TikTok Und er dreht eigentlich immer nur Videos über sein Auto, wenn irgendwie was geklaut wird Schon wieder wurden meine Seitenspiegel abgeschnitten Und ich find das so schade, das ist so eine große Zahl Oder auch 400.000, das ist so eine riesengroße Zahl Das sind so viele Menschen Aber auf TikTok ist das einfach nichts wert 400.000 auf TikTok ist wie, keine Ahnung, meinem Pfadfinder am besten Stock zu schnitzen Ey, natürlich alles nur Spaß, Mann Lena, ich wünsch dir wirklich viel Glück auf deiner Reise als TikTokerin Vielleicht wirst du auch so bekannt wie Judas Boring Life oder wie die heißt Kennst du die? Aber naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video Ich wünsch euch heute noch einen angenehmen Ich wünsche euch jetzt mal emission ops Das war's auf jeden Fall